So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Sänger von der Band Sternensee und wir haben am 3.12. in Müllheim einen Auftritt und mit dem Auftritt, wenn wir dort spielen, verbinden wir eine Spendenaktion und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da spendet. Mehr Informationen gibt es da auf unserer Homepage. Hier Spendenaktion für den Förderverein Krebskranker Kinder e.V. in Freiburg. Und ich freue mich, euch am 3.12. von 18 bis 20 Uhr an der Eisbahn in Müllheim begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017